Heute führe ich euch vor, wie wir Level 12, Level City und Swap's Box spielen. Wir haben zwei Züge, mehr benötigen wir auch nicht. Ich fange einfach mal an und zeige es euch. Als erstes nehmen wir hier die gelbe Kiste, ziehen sie einmal nach links. Der nächste Zug wäre, die gleiche Kiste nochmal anzufassen und sie nochmal nach links zu ziehen. Wie ihr seht, haben wir dieses Level erfolgreich erledigt. Im nächsten Video zeige ich euch Level 13. Wenn ihr es sehen wollt, schaltet einfach wieder ein. Macht's gut! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut!